. 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 Wir sind uns einig, diese getrockneten Tomaten mag keiner? Da sind wir uns einig, ja. Doch, die sind eigentlich ganz lecker, nur die Solo zu essen ist Quatsch. Oh, ist das mit Brot oder so? Oh, das ist gar nichts. Auf Brot jetzt. So, ja. Sorry, ist aus der Schmatze, ich hab's schnell runtergeschluckt. Bevor wir weitermachen, ein ganz wichtiger Punkt. Ihr habt ja schon mal mitgekriegt, wer hier schon mal dabei war. Wir machen manchmal so Kreativabstimmungen. Das heißt, eine Abstimmung, wie ihr komplett entscheiden dürft, was dabei rauskommt und ihr auch die Vorschläge macht. Die lösen wir aber nicht erst zur nächsten Pause, sondern im Laufe dieser Runde jetzt auf. Und zwar, die vier begegnen noch jemandem. Jemandem, den sie schon kennen. Also irgendeine Figur, die ihr aus den vorigen Teilen kennt, die ihr vielleicht mal wiedersehen wollt. Oh, geil. Wer ist das? Macht ruhig Vorschläge. Ich sag mal für den Ablauf, Dennis fängt dann diese Vorschläge ein. Ihr macht die über Twitter, ihr könnt das auch gerne über einen Twitch-Chat probieren. Wir sagen aber ehrlich, der ist sehr voll, das wissen wir auch. Das ist nicht so einfach. Da sind wir aber dran, kein Problem. Und werten die dann aus, machen eine coole Zusammenstellung, streuen dann auch wieder diesen Straw-Poll, so wie wir es jetzt auch die ganze Zeit gemacht haben. Ihr macht es einfach ein bisschen selber. Wer Bock drauf hat, klickt drauf. Natürlich auch immer alles bei Reddit, da verpasst ihr sowieso gar nichts. Und dann, wenn wir damit fertig sind, gehen wir mitten im Abenteuer, sag ich dann irgendwann, hey, haben wir die Ergebnisse schon? Und dann gucken wir mal rein, wem die vier dann begegnen. Und jetzt kommen wir zu den Ergebnissen der Umfrage vorher. Haben wir die? Schauen wir die hier auf den Screen werfen, die direkt vor mir stehen. Oh, da sind sie schon. Oh, die Liebesangelegenheit. Heute sind sich alle einig, ne? Ein Sieg für die Liebe. Du hast 14.000 Leute damit gemacht, ey. Richtig geil. Ohne Scheiß. Das allerbeste, dass so viele Leute mitmachen. Gastauftritt von Wayne Carpendale jetzt hier. Aber ich hätt echt, ich hab erst auf gedacht, dass wir uns prügeln sollen. Weißt du, warum nicht? Bei der war ich mir nicht sicher. Da sind viele, ich fand den Brunnen im Frosthaus sehr gut. Was soll ich dem Jungen denn jetzt raten? Pass mal auf. Ich muss mal eben zu der Möglichkeit gehen, ich hab mir ja alle aufgelistet. Entschuldigung. Das lösen wir nachher übrigens auch noch auf. Weil alle, die es noch nie gesehen haben, wir lösen am Ende noch mal auf, was hätte alles passieren können, wenn es die anderen Möglichkeiten gewesen wären. Also seid nicht enttäuscht, wenn es jetzt nicht eures geworden ist. Ich hab nur grad gelesen, sie sollen auch Pickslaut treffen. Hey Jungs, passt mal auf. Ich sag mal, man merkt, ich bin ein lockerer Typ. Oh Gott. Aber bei den Frauen, da klappt's noch nicht so ganz. Und unter uns ... Du bist 10! Meine Lehrerin. Die ist echt ein heißer Feger. Oh. Aber ihr Mann, oh man, der verhindert, dass da irgendwas gehen könnte. Aber ich hab ihr hier einen Brief geschrieben. Wie heißt ihr Mann denn? Heißt der zufällig ... Wie heißt der Russe? Divan. Heißt ihr Mann zufällig Divan? Zufällig nein. Das wär aber so der Typ gewesen. Eigentlich kann euch das scheißegal sein. Hier ist der Zettel, er gibt euch einen Liebesbrief. Das können wir mal aufschreiben als Bankokarte. Haben wir grad. Er gibt einen Liebesbrief. Mhm. Ich nehm mal hier so eine Bankokarte. Genau. Gut. Schreibst du jetzt einen Liebesbrief? Ich schreib nur drauf einen Liebesbrief. Achso. Okay. Hätt ich mal auch richtig machen können. Soll ich den Korrektur lesen? So. Er gibt dir einen Liebesbrief. So, Jungs. Nicht reingucken, hä? Ich weiß schon, wie das mit den Ladies funktioniert, wenn's nur die Worte geht. Nur die Aktion. Da kommt ihr ins Spiel. Die steht da drüben. Er zeigt ihr ne Richtung. Und da seht ihr auch ne Frau stehen. Aber, Obacht. Ihr Macker darf nicht merken, dass ihr ihr den Brief gebt. Alles klar? Warte mal, warte mal. Und wenn wir ihr den Brief geben, kriegen wir den restlichen Zettel oder was? Aber nur, wenn ihr Macker das nicht mitkriegt. Aber alles? Ja, dann kriegt ihr den Zettel. Den kompletten Zettel. Nee, nee, nee. Er kriegt ihr einen Zettel, hat er gesagt. Er hat gesagt ... Alles, was übrig ist von dem Zettel kriegen wir. Oder wir machen das nicht. Und du wirst dein Leben lang Single bleiben, Alter. Ich mein, guck dich mal an. Okay, Jungs, okay. Ja, okay, was? Ja, okay, ich geb euch die restlichen Zettel. Pass auf. Wenn du uns verarscht, gehen wir zu dem Mann und erzählen ihm die ganze Geschichte. Und dann sagt er, ey, ihr habt mal einen ollen Liebesbrief gegeben. Komm, lass mal den zehnjährigen Sergej verprügeln. Nee. Das Verprügeln machen wir von uns aus. Da muss uns keiner das extra noch sagen. Sehr gut. Nee, okay, okay, okay. Ich krieg die Zettel. Gut. Gut. Ich geh noch mal kurz nur das Gleiche. Ich will kurz noch mal ... Wir tun so, als ob wir gehen würden, aber dann dreh ich mich noch mal um zu Sergej. Und Sergej macht so. Sergej macht so. Ja, okay. Sergej ist vollidiot. Okay, also wir müssen ja wahrscheinlich jetzt ... Zwei müssen den Mann ablenken. Also sie steht ein Stück entfernt vor so einer Art Kiosk. Ihr Mann ist neben ihr. Oh. Fake Prügelei. Hat den Arm um sie gelegt. Ich rufe Fake Prügelei mal so in die Runde. Okay, ihr beide prügelt euch. Fake. Zacharias ... Hey, ihr beide prügelt euch, Zacharias. Geht zu dem Mann und sagt, helfen Sie mir bitte die beiden auseinander zu knäueln. Und ich gehe derweil zu der Frau und gebe ihr den Brief. Von mir aus, aber ich habe Angst, dass Stanley Ball mich umbringt. Beim Schauspiel. Kurze Frage. Nein, nein. Ganz kurz. Stanley Ball kann das brosseln. Sie darf nicht merken, dass der Brief reingeschickt wird. Richtig? Nein. Er darf es nicht merken. Okay, alles klar. Gut. Hat er einen besseren Plan? Gibt es sicher noch mehr, aber ... Es gibt bestimmt einen besseren, aber wir nehmen den. Es gibt keinen besseren. Okay. Okay, wir Fake prügeln uns. Oh nein, Stanley. Wer von euch Fake ... Das waren so gute Freunde. Sagen wir so. Eine Korrektur. Der nackte Mann mit dem meisten Charme sollte vielleicht das übernehmen. Sollte vielleicht die Verhandlung übernehmen. Das meine ich ernst. Also ich meine das auch, aber ich habe ... Auch wenn er Lust möchte, jetzt ... Dankeschön. Also, Fake-Prügelei. Wer will sich Fake-Prügeln jetzt? Moment, was ist jetzt gerade passiert? Der Mann mit dem höchsten Charme geht zur Frau. Okay. Ihr beide Fake-Prügelt euch, ich gehe zu dem Mann. Oder willst du wieder irgendwas ändern? Vielleicht. Vielleicht wolltest du noch mal die Plätze tauschen mit Simon. Ja, manchmal muss man auch Plätze tauschen. Okay, ich gehe ... Ihr prügelt euch. Ja. Ich gehe zu dem Mann. Ja. Und adressiere ihn. Entschuldigen Sie, mein Name ist Geronimo Röder. Hier, die beiden, die prügeln sich hier. Helfen Sie mir mal bitte ganz schnell, sie auseinander zu bekommen. Es geht auch wirklich fix. Sie können nichts. Sie sind sehr schwach. Aber wir müssen ihnen helfen, dass sie sich nicht gegenseitig verletzen. Kommen Sie bitte. Der Herr. Und ich nehme ihn so recht energisch, aber freundlich. Mit in Richtung der Fake-Prügeln. Geronimo Köhler. Du möchtest den Herrn zu der Fake-Prügeln. Ich hatte gelesen. Geronimo Köhler. Geronimo Köhler. Sehr lustig. Also, das wäre schon sehr gut. Ähm ... Du möchtest den Typen ansprechen und ihn dazu bringen, dass er mit dir sich die Fake-Prügeln ankommt. Ihr prügelt euch schon, oder was? Ja, ja, ja. Wer prügelt sich jetzt mit wem? Fake-Prügeln beide. Okay, sehr gut. Bei euch beiden hätte ich auch gesagt, ihr habt genug Kampfsport und Kampfkenntnisse. Das kriegt ja schon hin, dass ihr eine Prügelei macht. Oder was hast du? Du hast bei Kampfsport einen ziemlich guten Wert, ne? Ja. Sag mal. Aber darum geht's ja nicht. Das ist ja eine Fake-Prügeln. Doch, ne. Ob man schon ein grundlegendes Verständnis für Faustkämpfe ... Zwölf mit Sternen. Also, wer ein totaler Körperklaus ist, der kriegt's nicht hin, dass es so aussieht, dass man sich wirklich prügelt. Sieben. Ey, nein! Nein! Ich hab zwölf. Plus Stern. Okay, ist ziemlich gut, ja. Sieben. Ja, ist auch solide. Er gleicht ein bisschen aus. Aber wär's nicht toll, wenn die beiden jetzt würfeln müssten und sich dann gegebenenfalls bei einem extremen Wert auch verletzen würden? Das find ich so gut und intrigant, dass ich sage ja. Das war so klar. Ich weiß, ich hab mich schon innerlich gefreut, dass wir's nicht machen müssten. Du musst definitiv würfeln. Auf welcher Seite bist du eigentlich? Der Spannung. Auf der Seite der Spannung. Warte, ich muss mal kurz überlegen, was du würfelst. Nicht von mentaler Belastbarkeit und was war das? Dein Charisma irgendwie verletzt? Charisma und das ist mentale Belastung. Genau. Deine endlose Kampfeslust führt dazu, dass du definitiv einmal mit ein bisschen zu viel Schmackes ausholst. Jetzt kommt's darauf an, ob du's schaffst, das Ding zu parieren. Sag mir mal deinen Paradewert Faustkampf. Ich glaub, mit dir haben wir den schon mal eingetragen. Das ist ja wahnwitzig gerade. Kampfsportparadewert. Klettert ihr währenddessen? 14. Okay, weil du weißt, dass ein Gefängter Kampf ist und auf den Kampf vorbereitet, würd ich sagen, dein Paradewert ist welcher? 14 dann. Okay, würd ich sagen, um zwei oder so 16. Du kletterst an Stanley Boyz. 16 oder weniger. 15. Okay, du schaffst es knapp, ihm auszuweichen. Zum Glück ballert er dir keine. Aber wahrscheinlich wird er in Brand gesetzt. Aber es sieht dadurch, dadurch sieht's aber auch sehr, sehr echt aus. Yes. Das sieht so aus, als ob du wirklich knapp noch dodgen konntest. Sehr gut. Und dadurch ist der Typ so fasziniert, also er geht völlig ohne Aufforderung im Grunde. Ich hab ganz kurz eine Frage. Hey Jungs, geil, geil, geil! Und es kommen immer mehr Leute und feuern euch an. Ja, Mann, ja! Ey, Digga! Ganz kurz, ich hab eine Frage, wenn ich kurz schnell... Während du im Staub liegst. Nein, es ist ja jetzt nur eine Auszeitfrage. Zeitraffer. Zeitraffer. Pause, genau. Könnte Budi kurz mal schildern, wie das für ihn war, als er diese Faust auf sich hat zu rasen sehen? Was für Gefühle das waren. Mir war vollkommen klar, dass dies eigentlich nur ein Schaukampf war, um den höheren Planen zu dienen. Ich konnte nichts sehen, es war so schnell. Ich spürte einen kleinen Licht, ich sah einen kurzen Lichtstoß, spürte etwas auf mich zu nahen und dann war es eigentlich auch schon vorbei. Mein ganzes Leben ging vor meinem inneren Augen vor mich ab. Hast du Verlustängste, wo du überall hingst und kletterst? Hast du so Verlustängste, was dein Leben betrifft? Nein. Nein, nein, das waren schöne Momente. Das war nichts... Das hat mich nur interessiert, weil in der Regel... Genau so war es. In der Regel hör ich das nie. Genau. Ebenfalls, weil wir noch in der Auszeit oder im Zeitraffer sind, weil... Das war ja eine sehr natürliche, sehr intensive Lebenserfahrung nach dem Erlebnis. Wir konnten natürlich die Schaukampf auch nutzen, um... Alles gut, Budi. Ich weiß jetzt, was ich wissen wollte. Du bist so schlecht. Okay. Also Schmorg muss jetzt den Liebesbrief vergeben. Ja, ich habe eine Idee, wie ich es vielleicht smoother mache, weil wir wissen alle, ich bin nackt. Okay, auf jeden Fall Zeit, euch kurz zu besprechen. Die sind abgelehnt. Also meine Frage ist eher, soll ich sie ansprechen oder soll ich den so schlüpfrigerweise irgendwo in die Tasche... Also ich würde einfach nur sagen, entschuldigen Sie, den soll ich Ihnen hier geben. Und dann würde ich ihr einfach gar nicht die Zeit lassen zu diskutieren. Dann würde ich die einfach in die Hand drücken. Aber dann denkt sie, der ist von mir. Ja, dann sagst du, entschuldige Sie, der ist nicht von mir, den soll ich Ihnen geben. Ähm, okay, ich gehe hin und sag, hier dieser Brief, den soll ich Ihnen geben. Schauen Sie mal einen Schritt. Sie werden sehen, dass ich die Wahrheit sage. Es geht nicht um mich hier. Nehmen Sie den. Das kann man vielleicht nicht eindeutig feststellen. Das kann man vielleicht nicht. So. Aber dann auf jeden Fall drücke ich den so in die Hand und dann renne ich aber auch schon. Gib ich Fersen. Okay, ne, die Frau guckt dich an und scheint durchaus erfreut zu sein und drückt denen keinen Kuss auf die Wange. Ja, siehste, genau das habe ich gesagt, dass das passieren wird. Wodurch dein Charme dauerhaft um eins erhöht wird. Denn du denkst, du kommst echt gut an bei den Frauen. Naja, also ich bin jetzt bei 16. Aber ne, du strahlst Selbstbewusstsein aus. Also ihr werdet bald... Das soll sich auch in Zahlen widerspiegeln, die Tatsachen. Ja, ich bin bald nicht mehr... Ich bin die stärkste Waffe, die ihr habt, sagen wir es nur so. Aber bevor du weggehen kannst, sagt sie... Liebe ist eine stärkere Waffe. Kommt sie an dein Ohr und flüstert dir, flüstert dir, das Wort lautet... Kann man mich gut hören? Kannst du es nur mir sagen? Busscheibeneinschlaghammerhalterungssystem, Vertriebsgesellschaftsvorstand. Was ist das? Okay, ich sag... Ah, ich war gerade kurz, hatte ich was im Ohr? Bushaltestelle... Nein, wieder Bushaltestelle. Okay, ich muss mich beeilen. Wurstscheiben... Bushalte. Busscheibeneinschlaghammerhalterungssystem, Vertriebsgesellschaftsvorstand. Das ist die Vertriebsgesellschaft für diese Busscheibeneinschlaghammer. Hammer... Befestigungen... Halterungssysteme. Halterungssysteme. Sorry, Jungs. Halterungssystem... Und sie geht wieder weg. Vertriebsgesellschaftsvorstand. Geht das mit dem Toast? Busscheiben... Sorry, weil ich das gerade so rumgebogen habe. Busscheiben... Glaubt ihr wirklich, der Hauke würde uns dann irgendwo nicht reinlassen, weil das Wort nicht zu 100% stimmt? Busscheibenhalterungs- Busscheibenhalterungs- H manchmal... Histriebsgesellschaftsvorstand. Busschei- Standardsviamente- Bus... Scheibenhammerhalterungs- Liedersff né. Bushaltestellerscheibenhammmer. Busshaltestell- fatherischer работ some... Busshaltestellenscheibenhammer! Ihr werdet auf jeden Fall angefeuert. Also ihr kriegt gerade echt ein Standing, habt ihr das Gefühl. Der Ort, der ist... Auf die Schnauze! Ich gehe mit der offenen Hand rum und sammle... Exakt, das war nämlich mein Plan. Ein bisschen Geld. Und sage dabei, das sind die beiden... Super Kampfkünstler. Kampfkünstler, Zaharias, Bergmann... Zack, Zaharias! Zack und Stanley. Würden Sie bitte eine kleine, milde Gabe, was Sie da haben? Konservendosen, Zettel? Ich finde die Idee so gut, dass zwei Leute geben dir auf jeden Fall eine milde Gabe. Haha, wir haben zwei Dosen, Leute. Hat's gelohnt? Geile Show, Mann! Geile Show! So, ich sage... Kacki und Hubs. Wenn Sie sich für stark genug fühlen, können Sie jetzt gegen einen dieser beiden Recken antreten. Gegen ein kleines anderes Geld, versteht sich. Okay, es tritt aus der Menge, tritt echt so ein Typ. Und immer nicht schreit, yo! Also, ihr habt das Gefühl, ey, der Typ, der... Also, es müssen echt drei Leute beiseite gehen, damit er alleine durch die Menge treten kann. Okay, ich geht's. Warte, warte, warte. Okay, okay. Und ich frage ihn, ah, herzlich willkommen, wer sind Sie denn, junger, mutiger Mann? Hm! Ah, hallo! Und die Menge fängt dann... Hm! 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 Wollen Sie gegen Stanley The Mighty Fist Balls oder gegen Zacharias Flashlight Deluxe Bergmann antreten? Hm! Also, der Typ scheint, nur für alle, die es nicht gemerkt haben, leicht minder bemittelt zu sein. Zeig auf den Kontrahenten einer Wahl! Hm! Mit der Hand! Er will beide, glaube ich. Beide? Hm! Er zeigt auf dich und er fasst auch schon nach deiner Schulter. Ich sag, ich bin nur der Promoter hier. Ich stehe hier nicht zur Verfügung. Das ist ja wie Wrestling. Okay, ich greife ihn auch mal und nehme eine Seite und sage, gib ihm einen kleinen Tipp. Der Bergmann, der hat schon rechts, hat ja schon eine Schusswunde. Also, der ist schon leicht. Ich höre auf zu kämpfen und mache, ich gehe, ich mache einfach mit mit allen anderen. Hm! Wir stehen alle um die Runde. Das ist eine gute Idee, das mache ich auch. Können wir ganz kurz, äh, ganz kurz, können wir kurz zeigen, wie ich reagiere? Ja. Schon wieder töten? Na gut. Also, was? Hm! Scheint jetzt vor dir zu stehen und rechnet mit einem Kampf. Ja. Du musst das aber jetzt, du musst dir ein Eintrittsgeld jetzt entrichten. Du kannst nicht einfach jetzt hier so tun, als wenn du dich jetzt hier füllen kannst, ohne zu bezahlen. Das ist ein Business. Okay. Holt ein Stück Kohle raus und presst es mit der bloßen Hand zu einem Diamanten. Ich nehme ihn. Oh! Wow! Das ist interessant. Ich sage, ich bin sehr beeindruckt von dir. Können Sie mir das nochmal vielleicht zeigen? Mit einem anderen Stück Kohle. Geben Sie mir das mal. Er greift nach deinen Klöten. Nee, so einfach nicht. Also, am liebsten würde ich ja den Diamant nehmen und sagen, so, der Kampf gilt. Ich halte den Diamant so lange. Ja, ich halte ihn in dir. Das war ein Eintrittsgeld. Ich meine, du hast... Okay, komm. In dem Moment holt M aus und schlägt nach dir. Du hast die Chance auszuweichen. Wie weit sind wir denn voneinander entfernt? Würfel mal auf eine Parade. Alter, das kann der doch nicht machen. Wieso denn? Der kann doch nicht einfach anfangen, mich zu schlagen. Was ist dein stärkster Nahkampf wert ohne Waffen? Guck mal, ich bin bei Kampftalente sozusagen. Attacke Nahkampf oder was? Nein, Kampftalente hast du ja welche. Nee, da war es schon. Auf der Seite. Ring, Faust, Schleichen. Nee, du hast hier tatsächlich bei... Nee, das ist ja körperlich. Du hast irgendwo auch noch Kampf und Waffen. Genau, Kampf und Waffen. Na, 14 Bögen Armbrüste. Nee, du hast kein gutes Talent. Doch, 14 Bögen Armbrüste. Es ist kein Talent da, das passen würde. Ich schlage einen großen Bögen um ihn. Einen blanken Paradewert minus 4 werfen, weil du völlig unvorbereitet bist. Deine Standardparade ist... Oh, das ist ein Paketumfutter. Parade 14. Ich muss ja gesagt minus 4, ne? Ja, auf 10. 10 oder weniger musst du würfeln. Ich möchte sagen, ich fühl mich ein bisschen... Was muss er würfeln? 10 oder weniger. Herr Röhrer, das geht bei Ihnen. Der 50-50-Chance. In der Zwischenzeit formieren sich meine Freunde. Ach, auf einmal... Die beiden. 11. Oh Gott! Und Sergejs Faust, die so groß ist wie ein Kleinbus, so fühlst du sich zumindest an, als sie dein Kind trifft, zerschmettert dich förmlich. Du gehst zu Boden und du weißt nicht, was geschehen ist. Du bekommst 2 W 20 Schaden. Alter! Was geht? Ey, wenn er Glück hat... Alter, du weißt ja, die würden ja eine 20 befinden. Nee, er muss beide gleichzeitig schocken. Ich hab gar nichts gewöhnt. Ich hab nur gedreht. Oh Gott. Warum passiert das? Gerechtigkeit. Das ist ja echt eine Frechheit. Kann ich den Diamanten behalten, wenigstens? Den hat ich auch voll in die Visage getroffen. Nee, die ist noch in der Faust, mit der mir ihn geschlagen hat. Oh, Alter. 21. Nee, das war eine 3. Das ist danach noch eine 19 geworden. Alter. 22. Entschuldigung. Warte. Wo sind deine... Ah! Gesundheit, Herr Röhrer. Hier, Lebensenergie. Du hast jetzt 96. Das ist dein Gesamtwert. Machst du hier weg und ziehst hier 22 saftige Pünkteleien ab. Ich finde das, ehrlich gesagt, eine ziemliche Frechheit. Scheint sehr befriedigt mit der Situation zu sein. Hey, Kohlkopf! Warum legst du dich nicht mal mit Leuten aus deiner Klasse? Das ist so klar. Er dreht sich zu dir um. Mhhh! Pfff! Er kommt auf dich zu. Ja, komm doch. Wirst du nicht, ich bin mir die Hand nehmen schon. Ich hab meine Handschuhe. Okay. Scham! Und... Während du deine Hände stolz zeigst. Metale Beleidbarkeit. Holt. Mhh! Sag mal deinen Initiativewert. 100. Nee, ernsthaft. Sag mal deinen Initiativewert. Wo seh ich den? Da, äh, rechts, viert es um. Neun. Neun. Ja, mich nur eben gucken. Naja, es ist besser als... Ach, das stimmt. Das ist richtig. Sehr gut. Was ist deiner neun? Neun! Tja. Tja, was soll das denn heißen? Dass er zuerst dran ist. Geht ihm gut, Herr Rüder? Wieso? Ich hab ihn doch herausgefordert. Ich war doch drauf vorbereitet. Ja, deswegen würfelt er auch eine richtige Attacke. Wenn er sie nicht schafft, dann hat er sie nicht geschafft. Das ist eher die schreiende Ungerechtigkeit, die Schmerzen. Ich mach's mal hier. Ich hab ja meinen tollen Verschlack. Versuch mal zu parieren. Kann man nicht parieren, wahrscheinlich. Was ist dein bester Nahkampfwert? Also, Talente, Waffen. Ne, das körperlich. Was willst du denn jetzt? Du hast Waffentalente. Waffen und Kampf. Äh, äh. Du hast so Talentbögen. Waffen reparieren, Kampfsport. Was ist hier dein höchster Wert? Der nicht mit Waffen zu tun hat, sondern nur mit waffenlosem Kampf. Kampfsport. Ja, zwölf. Genau, dann gehst du mal nach hinten auf deine Waffenseite. Haben wir da Kampfsport schon mal eingetragen? Ja. Eigentlich schon, ne? Das ist der hier. Hast du den Wert noch mal verändert? Zwischendurch? Also, jetzt gerade, als wir den Charakter gelevelt haben. Okay, gut. Dann sind das deine Werte. Ach doch, Kampfsport hab ich hochgemacht eben. Okay, um wie viel? Können wir auch einfach nachvollziehen. Ich glaub, um vier. Ich war vorher auf acht. Okay, dann kannst du hier noch vier Punkte verteilen. Auf die beiden. Wie du willst. Also, er hat jetzt einen Talentwert. Mal für die, die das jetzt vielleicht nicht verstehen, was völlig logisch wäre, denn wir haben das beim ersten Mal eigentlich nur mal in Ruhe erklärt. Er hat jetzt einen Talentwert auf das Talent Waffenlosenkampf, Kampfsport in seinem Fall. Und diesen Talentwert darf er auf zwei Standardwerte verteilen. Attacke und Parade. Eben wie gut er angreifen, wie gut er parieren kann. Und die darf er jetzt gleichmäßig oder wie er will verteilen. Eddie ist jetzt sehr gut in Kampfsport. Das heißt, er hat jetzt hier 18, 17. 18 auf Attacke, 17 auf Parade. Er muss also eine 17 oder weniger würfeln, um es zu schaffen. Eine 1 ist immer ein kritischer Erfolg, eine 20 immer ein kritischer Fehlschlag. Bitteschön. 5. 5. Er schafft es. Du schaffst es zu parieren. Und jetzt bist du dran mit angerechnet. All das Gerede. Endlich kommt es mal auf den Punkt. Ich habe zu Recht. Hast du da gelesen? Ja, ja, ja. Hast du schon mal einen Berg weinen sehen? Du schaffst die Attacke. Cool. Jetzt muss ich aber noch mal gucken. Er schafft es nicht zu parieren. Du triffst ihn volles Matt am Kinn. Würfel mal den Schaden aus. Du hast da 2 W6 plus 3. Den Wert haben wir ausgerechnet, wie viel Schaden er macht. Ich glaube, 2 W6 plus 4 war mit Handschuhen. Oder irgendwie sowas. Nee, 2 W6 plus 4 waren irgendwann anders. 2 W6 plus 3 dürfte richtig sein. Können wir gleich in Notfall auch noch ausreden. Du kriegst allerdings plus 3, weil du ihn wirklich gut triffst. Und er ist einfach ein Koloss. Also 2 W6 plus 6. Ja. Oder was? Genau. 10. Das ist nicht so geil. Okay. 2 2 hingeworfen. Der würde mehr einer Gier haben als 10. Ja, vielleicht hat er noch ein Glas können. Vielleicht stolpert der aus Versehen. Okay. In seinen Schweren. Also es scheint ihn schon zu beeindrucken, aber er ist auf jeden Fall noch wütender jetzt. Kann ich nicht eigentlich in den Kampf mit ein? Oder wäre es unfair? Ja, du kannst versuchen. Ja gut, aber ich lasse. Es ist ja noch okay. Das würde auch Sende kranken. Okay. Stimmt, das war eigentlich mein Hauptproblem. Er holt nochmal aus. Ja. Er holt nochmal aus. Also ich weiß dich nur darauf hin, du hättest tatsächlich die Möglichkeit, diesen Kampf zu beenden. Zumindest hast du das Gefühl, also wenn du jetzt aufhörst, wenn du zurückgehen würdest, würde er wahrscheinlich nicht nachsetzen. Weil das ist ein offener Kampf zwischen Leuten in der kompletten Runde. Da geht es nicht um sich totschlagen. Wenn du sagst, ich ergebe mich, ergibst du dich. Ich sag's nur. Ich soll mich ergeben. Ich weiß nicht nur darauf hin, wie viel Schaden er bekommen hat, als er einmal getroffen wurde. Du möchtest also weiterkämpfen. Also mach ich nicht müden. Er kann sich erheben jederzeit. Er holt aus und er verfehlt dich. Gut, du bist dran. Dann bin ich wieder dran. Er töte dich. Mit was? Er will ihn aber töten. Jetzt mit B. Du musst jetzt erstmal mit einem W20 würfeln. Attacke musst du 18 oder weniger würfeln. Du bist auch sehr gut. 10. Du triffst ihn. Moment. Er schafft es nicht zu parieren. Du kannst 2 W6 plus 3 Schaden auswürfeln. 2 W6 plus 3. Das sind 6. 9. 9. Du machst auch sehr viel Schaden gerade. Irgendwann muss er vielleicht auch mal einsehen. Mache ich auch. Das hat ihn auf jeden Fall gut erwischt. Aber er wird auch wütender jetzt. Also es scheint ihn nicht gerade zu erfreuen. Und? Willst du nochmal rumgehen? Er greift an und du musst versuchen zu parieren. Kann ich nochmal mit dem Hut rumgehen? Nee, gell. Ist vorbei. Die Spendenbereitschaft ist. Nee, nee, warte mal. Jetzt muss ich was wieder machen? Du musst versuchen zu parieren. Auf den Wert würfeln. 17 oder weniger. Das ist eine super Idee. Alter, 20 ist zu spät. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Eine 20 habe ich gewürfelt. Deine mentale Belastbarkeit und dein Charme trifft dich selbst. Alter Schwede, ey. Ey, du kriegst, pass auf. Ähm, das plus fünf, ähm, das plus fünf, 23. 700 Schaden. Du bekommst 46 Schaden. Alter. Er trifft dir wirklich mitten in die Fresse. Also mit voller Kraft ballert er dich einfach zu Boden. Du rutscht nach hinten, rutscht wirklich auf dem Schlamm noch weiter. Also er haut dich dermaßen aus den Latschen, dass dir gar nicht, das wird dir vergeht hören zu. Also du bist sofort bewusstlos. Okay. Äh, da komm ich ins Spiel. Okay. Nein, das war ein Scherz. 46 Schaden. Da hatte ich gar nichts dabei. Ach, du wolltest ihn looten. Ich dachte, du wolltest ihm helfen. Also das ist dein Gesamtwert, glaube ich, und das ist dein jetziger Wert. Ja, wir stellen uns jetzt natürlich dann schon so ein bisschen mehr so auf die Seite von Stanley und versuchen, in eine Mauer zu legen. Und die Menge tobt. Die Menge tobt. Ey, da sagen wir, das war's. Ein weiteres, großes Abenteuer mit dem, äh, ja, hier ist der Gewitter. Und die Menge. Was sagt ihr? Aufhören. Okay, wir hören auf. Nein, pass auf. Ich komm mit einer Schale. Und. Und dann erstickt er an den M&M's. Er scheint sich zufrieden zu geben mit seinem rhetorischen Sieg. Okay. Wo ist denn mein Mikro? Ja, die Menge läuft sich auch, oder? Ne, die Menge guckt schon noch zu, aber er geht einfach in die Menge wieder. Und alle klopfen mir mal auf die Schulter. Und Stanley liegt wie das elendlichste und egogekränkteste kleine Häufchen Dreck, das man nur sein kann. Im Schlamm. Gut. Dann, äh, gut. Ich mag die, 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 äh, bonbonigen Beschreibungen. Der Röder geht hin, zieht ihn zärtlich die Handschuhe aus und sagt, du brauchst du jetzt ja nicht mehr. Die brauchst du nicht. Ich, äh, ich geh hin und zieh ihm die Hose aus und meine, äh, also du kommst wieder zu dir, wenn sie versuchen, dir die Hose auszuziehen. Nein, 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 nein. Und ich guck ihn an und dann mach ich ihm die Hose wieder zu dir. Schön. Ja, okay. Ich frag tatsächlich nicht. Ey, Stan. Aber tatsächlich war es ein relativ fairer Kampf, also du kriegst jetzt keine Ego-Einschränkung. Das war ein fairer Kampf, du hast gut gekämpft, der war einfach stärker. Punkt. Stärker einfach. Wir beloben. Aber das hättest du ja auch eigentlich zu mir sagen können, ne? Was? Ich hab auch fair gekämpft. Du hast gar nicht gekämpft. Doch. Ich war halt nur nicht dran. Also. Ihr steht da, ihr habt den Liebesbrief überbracht. Du liegst halt eher, als dass du stehst, aber auch du hast den Liebesbrief überbracht? Das machst du dir. Wir gehen zu diesem Schlümmel. Übrigens, kommt noch jemand zu dir? Kommt noch jemand zu dir? Kommt noch jemand zu dir? Und drück dir das in die Hand für den guten Kampf. Ne Flasche Wasser und Ravioli. Der ist von mir. Wichtig ist, Dosen gelten hier als Währung. Habt ihr ja schon festgestellt. Also ne Konservendose ist sowas wie Geld. Okay. Ja, ähm. Du bist wieder fit, oder was? Balls ist wieder am Start. Ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, auf jeden Fall, genau. Du hast schon Kopfschmerzen, aber ist jetzt nicht so, dass du nicht mehr gehen kannst. Das hat schon gut gesessen, tut auf jeden Fall echt saumäßig weh. Auf jeden Fall ein paar Sachen. Ich glaub, da wird ein Kratzer übrig bleiben. Ich geh zu Balls hin und guck ihn aber auch freundschaftlich an und sag, Hm. Okay. Was tut ihr? Stanley Balls fühlt sich viel besser jetzt. Erreich dir Stanley Balls die Hand, helf ihm hoch. Nur das in der Regie der Micha bereit ist. Ein doofer Tipp, den wir geben uns. Micha, oder? So. Ey, ich hab versucht dich zu rächen. Es hat nicht geklappt. Sehr freundlich. Ähm. Kann man halt nix machen. Also geh den wieder zu dem Jungen. Ja. Stell euch mal vor, hm. Wäre da ein Auto mit gewesen. Der hätte mehr Schaden an dem Lastwagen angerichtet als die Shotgun. Ja. Okay. Hey, Freunde. Ich hab's schon gehört. Ist gut gelaufen, hä? Hau in meine rein. Ohne Scheiß. Sergej wird in zwei Teile gerissen noch in diesem Abenteuer. Also, Jungs. Habt ihr gute Neuigkeiten für den alten Sergej? Ja, ich sag hier, ich kann dir alles geben. Ich weiß alles, was willst du wissen. Sie hat den Brief bekommen. Okay. Ich hab's ja gesehen, Jungs. Ich glaub euch. Also hier, der versprochene Lohn. Jetzt red ich so, dass der... Herr damit. Das ist nur eine weitere Hälfte. Wo ist der Rest? Hey, Jungs. Mehr hab ich nicht. Okay. Oder vielleicht doch? Ja. Alter, Sergej, ich bist so lächerlich. Okay, jetzt ist Schluss mit Lustig. Hey, Jungs. Angebot und Nachfrage. Komm, was soll der Stress? Ich bin dafür. Wir packen Sergej. Machen Waterboarding im Stadtbrunnen mit ihm. Ja. Ich halt sein linkes Bein. Nein. Bergmann nimmt gerne das rechte. Ey, denk dran. Ne, was denn? Normalerweise befürworte ich Gewalt. Aber in dem Fall ist Staroff ja sein Vater und er hat all unsere Sachen. Na gut. Ja, sag ich auch die ganze Zeit. Wir können das ja machen. Wir speichern das ab. Okay, pass auf. Wir sagen ihm folgendes. Wir sagen ihm folgendes. Pass auf. Du hast ja grad die Szenerie beobachtet, Sergej, ne? Du hast ja auch gesehen, dass sie Smoshmore auf schöne Augen gemacht hat. Na komm, Freundchen, Freundchen, Freundchen. Wir machen dir folgendes Vorschlag. Du hörst auf uns zu verarschen. Du bleibst ein ehrlicher, fairer Mann. Du bist wie ein Mann. Ein echter Mann. Ja. Und gibst uns die vereinbarten Zettel. Und Smosh wird die nicht verführen und vor deinen Augen mit ihr Kultus betreiben. Ich bin aber schon kurz davor. Vor deinen Augen. Passt auf, Jungs. Ihr seid ein paar ehrenwerte Typen. Das muss ich zugestehen. Das ist richtig. Ich geb euch jetzt noch einen Teil vom Zettel. Aber ihr tut mir noch einen Gefallen und dann kriegt ihr den letzten Teil. Alter Scheiße. So hat jeder, was er will. Komm, das nennt man Kompromiss. Ah, okay. Komm. Ja, komm. Weißt du, was man Gebiss nennt? Alles klar. Komm hier, Jungs. Was soll's. Seid nicht böse, hä? Schlecht gelaufen für dich. Aber eindrucksvolle Show, hä? Warte, warte. Warte, warte. In meinem Ernst. Nur ganz kurz. Time out, time out. Ich stell nur mal so zur Frage, ob wir den brauchen. Vielleicht brauchen wir den gar nicht mehr. Du Vollidiot. Du Trottel. Du hast uns die falsch gegeben. Vielleicht brauchen wir den gar nicht. Hier, da. Ne, wir behalten die. Brauchen wir nicht. Ey, ich bin mir nicht sicher. Doch, das passt schon. Im Moment. Ich verrate euch mal ganz uneindeutig, ihr braucht den noch. Jetzt glaub ich den. Bevor ihr den jetzt stundenlang rumsucht. Ja, ihr braucht den noch. Na gut. Also, was willst du für den letzten Zettel, du kleiner Lurch, du? Hey, hey, hey. Ganz ruhig, okay? Meine Mutti. Hä? Ihr wisst, Muttis, die sind so. Ne? Wem erzähl ich das? Ich kenn deine Mutter sehr gut. Und meine Mutti, die hat mir mein Lieblingsflummi weggenommen. Ich weiß, klingt albern unter Geschäftsleuten, aber so bin ich halt. Jung und agil. Ich brauch'n Flummi. Und meine Mutter, jetzt kommt das Problem. Zuhören. Ist im Hammerwerfer. Das ist ne Kneipe, gleich in die Ecke. Aber wie euch aufgefallen sollt, ich bin noch klein. Ich kann nicht in den Hammerwerfer gehen. Da komm ich nicht rein. Da kommt niemand ohne Einladung rein. Auch ihr wahrscheinlich nicht. Da gibt's Code-Words, da gibt's Türsteher, da gibt's alles. Aber geht doch einfach rein, quatscht mal mit meiner Mama. Ich glaub, die rückt den schon raus. Die hat mir versprochen, die gibt mir den. Das ist überhaupt kein Problem. Da gibt's Code-Words. Code-Wer-ter. Ja, okay. Jetzt kommt das Verwaltungsflüsse. Du erklärst ihm das, hä? Ja, das ist Englisch. Hä? Ne, hat er grad auf die Fresse gehauen. Was sagt ihr? Haben wir nen Deal? Ja. Okay. Okay. So macht man gern Geschäfte, hä? Gibt Schlimmeres. Wir gehen schon schnell eintrinken, verführen die Olle und erzählen der auch mal ein bisschen was über ihren verzogenen Drecksball. Theoretisch, ey, guck mal, du bist ja Romanizer. Du könntest seine Mutter verführen und dann könnten wir ihn einfach nachträglich, könnten wir ihn auch damit nochmal dissen. Glaubst du ja nicht, dass der Röder das langsam nicht mehr mag, dass er hier ignoriert wird als Frauenheld? Gut, machen wir. Wir gehen rüber zum Hammerwerfer. Was? Vielen Dank für diesen Einwurf, bitte. Was ist eigentlich dein Problem mit mir? Wieso? Mann, er ist unser Charisma-Gott. Ja! Also er beschreibt euch auch ziemlich genau, wo der Hammerwerfer ist. Ist das nicht weit von hier? Ist leicht zu finden. Du bist zwar ein Nuss für euch. Er hat Charisma, aber ich bin ne Granate im Bett. Zeig mir den Wert. Ja. Hier, Scham. Du hast den aufgeschrieben, oder nicht? Mein Wert 16, ja. Mein Wert 16, ja. Mein Wert 16. Tatsächlich ist 16 ein relativ beeindruckender Wert. Das hat nichts mit Sex zu tun. Okay, Jungs, was tut hier? Also Sergei zieht sich zurück, aber er sagt, hey Jungs, ihr trefft mich hier gleich wieder. Kein Problem. Ja, halt's Maulsteige, du dummer... Hey, hey, immer freundlich bleiben, Kumpel. Ja, bringt mir mal einen Flummi, ihr kriegt euren Zettel und wir hören nichts mehr voneinander. Alter, du bist gleich mal mein Flummi! Stopp! Wenn wir den... Wir besorgen den Flummi. Aber dann gehen wir zusammen zu deinem Vater und du überzeugst deinen Vater, dass wir all unsere Rassungen wieder haben würden. Und ich hab nichts dagegen... Wow, das ist so smart, Budi. Und Scheißbelohnung... Hey, passt mal auf, Jungs! Ich sag euch mal was ganz Geheimes. Die Karte, die führt zu eurem Scheiß. Ist egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Du gehst gemeinsam mit uns zu deinem Vater und sagst ihm, er wird uns persönlich dahin führen, zu diesem Ding, wo unsere Sachen liegen und er übergibt sie uns freiwillig, selber. Und dass wir irgendeinem den Scheiß machen müssen. Was soll denn diese Schnitzeljagd? Ganz kurz. Ja, exakt das nämlich. Ich würde gerne auf Menschenkenntnis würfeln, ob der uns hier nochmal verarscht oder ob er das auch macht. Okay, also ob er euch den Zettel auch gibt oder was? Also okay, ob du denkst, dass er euch anbescheißt jetzt. Ja. Okay, gib mir mal bitte den Zettel, weil ich muss ja für dich würfeln. Also falls ihr euch jetzt fragt, ich würfel jetzt für Nils, denn wenn man einschätzen will, ob jemand lügt, sollte man nicht wissen, ob man richtig liegt oder nicht. Denn wenn ich ihn jetzt würfeln lasse, weiß er genau, ob der gelogen hat oder nicht. Wenn ich jetzt aber würfel und ihm sage, du denkst, er hat's geschafft, ist es nur ne Schätzung. Das macht's einfach ein bisschen spannender. Aber der Witz ist, was bringen mir denn meine ganzen Werte? Wenn du weißt, du hast elf, ist die Chance schon sehr hoch, dass du's schaffst. Und ich würde dir, wenn du's gut geschafft hast, auch immer sagen, du bist dir ziemlich sicher. Oder du bist dir unsicher. Ja, so fair bin ich dann auch schon. Okay. Mensch, kein Mist. Intelligenz. Was hast du davon Wert? Bei Intelligenz? Nee, Mensch, kein Mist. Ey, wir sind auf eins bei Twitch weltweit. Yeah. Okay. Echt? So. Deine Einschätzung ist, ja, dem kannst du vertrauen. Auch wenn ein kleiner Spinner ist. Da bin ich mir wohl ziemlich sicher, ne? Ja, schon. Auch wenn ein kleiner Spinner ist und echt viel Mist erzählt, du glaubst schon, wenn das gleich klar geht, der gibt euch euren Zettel und da sind auch wirklich, da sind wirklich eure Sachen. Diese kleine, miese Drecksratte, dieses Viech, der lügt uns nicht mehr. Ja komm, dann holen wir jetzt den scheiß Flummi. Okay. Aber scheinbar, scheinbar wirst du das als Spieler nicht durchgehen lassen, oder? Was denn? Egal, komm, machen wir. Wir holen jetzt den Flummi. Ja gut, okay. Wir gehen jetzt zum Hammerwerfer. Okay. Was ist der Hammer? Ist das ne Bar oder? Ist ne Bar, die heißt einfach der Hammerwerfer. Wir gehen zum Hammerwerfer. Wie sieht der Laden aus von außen? Nicht, dass einer eine Gasgranate bürgt? Wir sind schon gut Leute davor und so, es steht auch ein Türsteher da. Es sieht für dich nach einer guten Portion Spaß aus, auf jeden Fall. Okay. Und es kommen auch ein paar Leute, die vorbeikommen, klopfen dir auf die Schulter und so. Also du hast ein bisschen Anerkennung im Ort auf jeden Fall gewonnen. Ja, okay. Ich ne, oder was? Ne, wirklich. Also er hat... Die haben auch Nehmerqualitäten gezeigt. Du hast gar nichts gezeigt. Ich bin ja der Axel Schulz der Runde, oder was? Ja. Du darfst den nächsten Kampf kommentieren. Ähm... Okay, wir gehen... Kommt man da in diesen Hammerwerfer einfach rein, oder ist das irgendwie... Also da ist eine Fronttür, da ist ein Türsteher. Ja, ich würd den gerne einfach anquatschen und sagen, ey, wie sehen das aus? Wir würden hier gerne rein. Wir sind durstig und hungrig. Codewort. Codewort. Ja, das haben wir... Ja, das, was wir halt vorhin gehört haben. Schmorf wiederholt das Wort, was er vorhin gehört hat. Ja, mach mal. Bushalte... Warte, ich warte auf die Twitter kurz. Bushalte... Ne. Meinst, die helfen euch? Bushalte... Bushalte... Da machst du gerade. Bushalte... Busscheibenhammerhalter... Liebe Twitter-Leute, können jetzt mal nur einer twittern bitte? Also wenn es einer twittert und genau trifft oder... Vertrieb... Also das Letzte ist Vertriebsgesellschaftsvorstand... Ja, genau. Und am Anfang ist, Busscheibenhammerhalterungsvertriebsgesellschaftsvorstand. Bushalte... Busscheibenhammerhalter... Was fehlt noch was? Busscheibenhalter. Busscheibenhalter. Halterungssystem. Das muss doch einer gehört haben. Ich hab's zweimal vorgelesen. Busscheiben, Bus, ich hab's doch aufgeschrieben. Fünf Leute schreiben es ab, keiner hat es richtig abgeschrieben. Was sagt denn das über uns aus? Busscheibenhalter, Busscheiben. Nein, dieses Busscheiben-Einschlag-Halterungs-Ding. Ja, da ist es fast. Busscheiben-Einschlagungs-Hammer-Halterungs-Busscheiben-Halt, Halt, Halt, Halt! Da war's! Okay, das, was da steht, da. Busscheiben-Einschlag-Hammer-Halterungs-Ding. Alter Schwede! Ich hab's aber gesehen, es stimmt. Es ist völlig richtig, wer es auch getwittert hat. Busscheiben-Halterungs-Busscheiben-Halterungs-System-Befestigungs-System-Wand. Okay, das sag ich dem Türsteher. Das Wort ist Busscheiben-Einschlag-Hammer-Halterungs-System-Vertriebs-Gesellschaft-Vorstand. Vielen Dank an die Community, ihr habt den vier in den Arsch gerettet. Danke. Wieso? Was wäre sonst passiert? Ihr hätt's nicht mehr gewusst, der hat euch nicht reingelassen. Der Türsteher. Ja. Wie heißt der Türsteher? Du siehst aus dem hinteren Teil des Raumes dir befriedigen zu nicken. Okay, ihr betretet die Bar. Aber wo ist denn Waltraud, die Mutter von Sergej? Dazu haben wir was vorbereitet. Hoffentlich haben wir es auch da. Nämlich ein kleines Suchbild. Und da können alle gerne mithelfen aus der Community. Wo ist Waltraud? Wo ist Waltraud? Wer hat das gemalt? Da ist der Pavian. Guck mal, da über der Druckküche. Also ich seh da, Hannes ist King stehen an der Tür. Wer hat das gemalt? Also Alvin hat das natürlich auch gemalt. Alvin ist der Allergeilste. Guck mal, habt ihr gesehen, hier vorne, das fand ich so brillant, weil hier vorne rechts sind Leute, die spielen eure Runde. Da ist so ein schmaler Hans, der spielt Schmorf, so ein dicker. Er ist in den Rollstuhl, der ist schon ein Rüder. Ich seh Rüder. In unserem Pen & Paper ist eine Pen & Paper Gruppe, die dieses Pen & Paper spielt. Ganz kurz, ist Waltraud da die dicke, mit den schwarzen Locken da an der Bar da direkt, rechts am rechten Bildschirmrand? Oh man, wie schnell, du Blödmann. Echt? Ja, ist richtig. Guck mal, wie viele, pass auf, die mich wegmachen. Guck mal, ja, da ist es. Guck mal, wie viele wir versteckt haben. Vorne links ist zum Beispiel ein Transvestit mit so Gummibällen. Hinten trägt einer zwei Melonen, ganz oben rechts in dem Raum trägt einer zwei Melonen. Ich habe eine Wassermelonen getragen. Oben in der Mitte ist einer, der trägt Strümpfe und tanzt. Oh man, jetzt habt ihr es voll schnell gesehen. Kannst du es aufschreiben bitte? Ja, welch mehr. Das ist ein sehr schönes Sammelbild. Ja, laden wir auf jeden Fall nochmal hoch, dass alle nochmal in Ruhe gucken können. Das ging ja schnell. Das ist halt morgen im App Store, als Spiel, für 70 Cent, musst du einmal draufklicken, wenn du sie dann hast, dann startet ihr Spiel neu. Also, ihr habt Waltraud gefunden. Ich glaube, du versuchst jetzt nicht meinen Erfolg abzuwerten. Nein, aber du hast gewisse Vorteile gehabt. Ich habe meine Brille diesmal auch. Nein, die Dame sieht natürlich aus wie die Mutter von Geronimo Röder. So, Geronimo Röder. Das hat er nicht zu dir gesagt. Ich habe mir nur gesagt, dass er gewisse Vorteile hatte. Alle anderen haben da sehr männlichen Menschen gesehen. Das ist ja nicht böse gemeint. Nein, aber das ist ja auch richtig inhaltlich. Ja, ich weiß. Ich habe mich da auch rausgegraben aus ihr. Also, was macht ihr? Waltraud steht scheinbar am Tresen. Ihr scheint sich entdeckt zu. Waltraud, erinnerst du dich an mich? Ich bin's. Twister-Tom. Geronimo Röder. Waltraud scheint deutlich angetrunken zu sein. Ja, Waltraud. Eine Sau. Ja, ja, ja. Okay, es kommt zu einem zärtlichen Kuss. Walti. Endlich hat er was bekommen. Ah, der Röder. Da hört das Rollenspiel auf. Was? Also, Geronimo Röder ist voll sein Element. Ja. Waltraud scheint durchaus... Was können wir dich tun, Süßhau? Weißt du was? Ich mache es dir nochmal wie letztes Mal. Weißt du noch? Alles, was ich von dir hasse? Vielleicht Flummi oder so? Ah, Geronimo. Hast du den Gummi? Nimm ihn aus ihrer Tasche und gib dir den Gummi. Dankeschön. Warte, weiter mal. Ohne Gummi mache ich es nicht. Schreibt es einfach hier schnell auf. Dann brauchen wir nicht immer neue Karten. Startoff hat gesagt, ihr gebt uns einen aus. Lass uns einen trinken. Flummi. Ja, klar. Ja, ich fummel doch gar mit ihr rum. Ja, wenn es noch rum ist. Aber wir beide gehen schon mal hin und holen schon mal für die Runde auf Kosten des Chefs. Wenn in Endstation. Also, wir gehen an Tresen? Wir gehen an Tresen und ordern, machen Startoff. Hey, Freunde. Was kann ich denn her dann bringen? Ihr seid neu hier, hä? Ich sage, Runde für alle in diesem Lokal auf Kosten von... Stammanoff. 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 Alles klar, der Junge hat mir Bescheid gesagt. Komm, und er bringt euch was, das zumindest aussieht wie Bier. Nee, ich sage aufs ganze Lokal. Aufs ganze Lokal. Das ganze Lokal... Ach komm, Jungs, jetzt werde ich nicht unverschämt. Stammanoff, gibt euch eine Runde aus. Nehmen wir. Sind Sie das sicher? Er schiebt vier Bier rüber. Zumindest sieht es aus wie Bier. Okay. Ja, wir nehmen es. Danke. Also, Lokalrunde macht er nicht. Na gut. Aber es war gut gemeint. Ich nehme die Bier, ich gebe eins den Balls und du bist noch beschäftigt? Nö, ich bin auch eh... Ich gehe rüber und drücke die Hand in die Hand. Dankeschön. Gut, Leute, gut, 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 gut. Prost. Auf euch. Prost. Da haben wir uns verdient, ey. Ach, Apfelschorle. Boah, ich glaube, ich habe drei Zähne verschluckt. Ihr merkt auch schon unsere smoothen Barmusik. Naja, und dann? Ich schaue mich mal oben in dem Laden. Ihr habt, was ihr wolltet. Ihr habt den Flummi. Wir können den Laden hier auch noch mal angucken. Können wir den Laden noch mal sehen? Oder ist das jetzt gerade doof? Weil eigentlich ein wunderschönes Bild, haben wir noch ein Klingel. Boah, da gibt es noch einiges zu entdecken. Hannes ist King, steht da. Hier vorne in der Mitte könnte auch Hannes sein, ne? Was ist denn das? Ist das der Pavian? Oh, guck mal, wie viele Fallen Alvin gemacht hat. Du, hallo. Und ihr habt es so schnell entdeckt. Kann ich mit dir mal fragen, ob das der Pavian ist? Da links, da hängen Pavian. Ist das unser Pavian? Du meinst direkt über der Penis. Nein, das ist nicht unser. Es scheint ein friedlicher Pavian zu sein. Ich würde gerne mal, weil ich bin ja keiner gut mit Tieren. Ja. Ich würde gerne mal auschecken, ob der Pavian irgendwie, ob man sich kennt, irgendwie irgendwoher oder so. Ja, der Pavian hängt da so ab. Wie schlecht Alvin da auch einfach nackte Frauen an die Wand gemalt hat. Wo? Und dann ist da ein Pfeil, der auf dem Fenster fangt. Oh, ja. Unglaublich, ey. Aber dafür hat er diesen einen Typen mit Mütze und Mantel sechsmal ungefähr eingebaut. Ja, ich muss fair aber sagen, ich habe es auch sehr spät ihm gesagt. Also dafür hat er noch ein Top-Bild hingezaubert. Das ist auch super. Er hatte ungefähr gefühlt noch zwei Stunden Zeit, um so ein Wimmelbild zu malen, in dem man Waldtraut entdecken soll. Ja, es fühlt sich wie ein gemütlicher Laden, in dem wir schön auch mal ein bisschen genießen können. Ja, genau. Wir trinken jetzt erstmal ein bisschen. Es ist der beste Ort, an dem wir... Also der Affe hängt da so ab, smooth wie alle anderen auch. Ich würde gerne mal irgendwie hingehen. Ich kann ja Tiere zähmen. Ich würde gerne versuchen, ihn irgendwie zu zähmen. Ey, Röder. Hast du ein Talent? Tiere zähmen? Ja, warte mal. Ey, ich habe mal... Du bist ja ein Affen-Clown, ne? Ja, warum nicht? Ich habe Tiere zähmen... Leute, Waldraut ist doch star aufs Frau, oder nicht? Wer weiß, wie die zusammen drauf sind irgendwie, aber macht es nicht irgendwie Sinn, die jetzt auch so beladen, wenn die voll Hacken dicht ist, dass die uns nicht einfach sagt, wo das hier ist und... Ja, wir kriegen doch jetzt den Zettel. Das hat doch die Menschenkenntnis vom Dienst schon rausgefunden. Wir haben den Flummi, wir gehen jetzt hin, kriegen den Zettel, holen die Sachen... Boah, steht nun eigentlich. Es ist unterschiedlich, ob wir unsere Sachen einfach so kriegen und verfeiern werden als Endstationshelden, weil wir so cool sind mit der Stadtoffamilie, oder aber ob wir da einbrechen müssen und wieder unser Leben riskieren. Wir müssen doch nicht einbrechen. Wenn ich Hauke kenne, schon. Ich habe mal eine generelle Frage. Also zum gesamten Abenteuer hier, weil ich meine, das ist so ein netter Ort, wo wir gerade sind. Warum überhaupt weggehen? Warum überhaupt weggehen? Was ist überhaupt das Ziel? Ich meine, warum bleiben wir da nicht einfach und bleiben da? Und fertig? Wo sollen wir denn hin? In irgendwelche zombie-geplagten Wälder? Warum? Super Idee, ey. Ey, in der Bar, wir trinken. Was ist eigentlich unsere Motivation gerade? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich geh noch mal zur Bar, weil wir haben unser Bier schon ausgetrunken. Ich geh noch mal zur Bar und frag den Bar-Kinder. Ich habe doch gerade eine Frage gestellt. Ich möchte die Frage beantworten. Ich möchte die Frage beantworten. Ich kann die auch beantworten. Ja. Die kann ich ja nicht beantworten, die Frage. Weil der Professor ja an dem Gegenmittel gearbeitet hat und wir haben jetzt die Möglichkeit entweder... Er hat euch zumindest diese Karte fallen lassen. Die Apokalypse und sagen, wir gefällt uns ganz gut oder wir versuchen die Menschheit zu retten. Geronimo Röder sagt, lass uns noch mal eine Weile hierbleiben. Okay, du gehst an den Tresen oder was? Ich will an den Affen ran und den Zähnen. Okay. Auf dem Weg zu dem Affen begegnet dir jemand. Und zwar... Und da kommen wir zu unserer Zwischen-Community-Abfrage. Ich hoffe, Dennis ist schon so weit. Wenn nicht, überbrücke ich die Zeit natürlich mit... Ja, okay, cool. Da haben wir sie. Und zwar, die vier begegnen jemanden. Yo, Svea. Also auf dem Weg zu Pavian begegnet mir der zweite Pavian. Wache Frank, dem zweiten Pavian, dem Händler. Ja, das könnte ja sein, dass der zweite Pavian ist. Der zahnlose Tore? Der Tore, den ich gesmasht hab? Wir haben nicht gesehen, wer gestorben ist. Okay, schalt ihn mal frei, weil wir stürmen jetzt einfach schnell ab. Wir gehen nämlich nicht in die Pause. Stattdessen machen wir, was die anderen machen. Und schauen in mindestens, höchstens einer Minute noch mal rein. Und schauen mal, wie es ausgegangen ist. Und dann machen wir nämlich direkt weiter. Was tut ihr, während er zu diesem Affen geht? Wollen wir mal ein Bier trinken? Ja, wir haben keinen... Also hast du... Nö, ich hab ja... Eine Konserve hab ich ja. Wollte ich grad sagen, ich hab nicht mehr Konservendose. Holst du uns noch mal... Ich frag halt, wie viel... Gib mir das... Ey, ist sehr, sehr geil hier. Gib mir das Beste, was du hast für diese Konservendose. Okay, stell dir vier Bier und vier Schnaps hin. Top. Cool, Mann, Alter. Warte mal kurz. Ich muss mal eben was nachgucken. Einer volles Bier, Mann. Hast du jetzt... Ähm, und zwar... Du kriegst jetzt ein virtuelles... Gibt es meiner Meinung nach... Wir feiern, dass wir da sind. Ist doch schön. Würfelt mal alle auf Zechen. Was hab ich bei Zechen? Ob ihr eigentlich trinkfest seid? Das ist ja wohl ein Witz. Ich bin Navy SEAL. Das kann ich überhaupt nicht. Du musst eh nicht. Du bist noch nicht bei den anderen. Du bist noch auf dem Weg zum Pavian. Also dein Bier steht zwar bereit, aber die anderen sind halt geflickt. Soll ich dich doch besaufen, ne? Am genießen. Ich hab eins. Genau, ihr müsst drauf würfeln. Also ihr habt da ja richtig Werte. Ich trau euch mal zu. Das kriegt ihr wohl alleine hin, wie man aufwürfelt. Sagt mir einfach, ob ihr es geschafft habt. Zechen ist... 18. Das klingt nicht so, als ob du es geschafft hast. Zechen ist Körperkraft und zweimal Ausdauer. Ey, das ist übrigens sehr realistisch, wie du würfelst. Wenn du jetzt noch ne 20 würfelt, bist du 19. Okay, du hast es geschafft. Aber easy. Ich hab beim letzten sogar eins gewürfelt. Du hast es nicht geschafft. Ich hab mich kritisch besoffen, ohne was zu spüren. Okay, wie? Hast du es sehr verkackt? Und du hast es sehr verkackt? Äh, ja, relativ so. Total verkackt, oder? Ich hab ne 18 und 19 gewürfelt. Typisch Asiate. Also du haust dir den zweiten Shot rein und kotzt sofort. Voll vor die Bar. Alles in echt. Oh, man. Alter. Du verlierst auf jeden Fall ein ordentlichen Aufstanding in der Community von Endstationen. Und bei dir ist es nur schlecht. Also es geht dir nicht besonders. Es macht mich irgendwie attraktiver auch. Ja, du bist auch gut angeheitert. Und die anderen vor allem. Aber dir ist ein bisschen übel. Also dir ist jetzt nicht danach noch mehr zu trinken. Nee, ich will auch nicht mehr. Du hast gut einen drin, aber der ist nicht gut. Okay. Und du begegnest. Können wir abrufen, wer es ist? Dann beenden wir nämlich jetzt die Umfrage, die spontane. Dem zahnlosen Tore. Der kriegt seine Zähne nicht wieder. Ich sag's jetzt schon mal. Meine Theorie war ja. Das wird mein Entwurf. Auf dem Weg zu dem Pavian kommt plötzlich jemand an dir vorbei, der dir bekannt vorkommt. Ein bisschen zermatscht das Gesicht so. Und er kommt an dir vorbei und murmelt dir so ins Ohr. Ich muss hier verschwinden. Ich muss hier verschwinden. Ich muss hier verschwinden, Mann. Tore! Du lebst! Mann! Wir können hier nicht reden. Okay, was ist los? Ich muss hier verschwinden. Warum ist der denn verschwinden? Ich kann hier nicht bleiben. Und geht weiter. Und verschwindet in ein Hinterzimmer. Und dreht sich ein Typ um und guckt dich auf jeden Fall schon sehr beängstigend an. Ich versuch sehr unauffällig zu wirken. Und versuche... Er bemerkt deine Unauffälligkeit. Ich versuche sehr auffällig zu wirken. Ich dreh sofort auf dem Absatz Kehrt. Okay. Um meine Kollegen von den neuesten Erkenntnissen in Kenntnis zu setzen. Okay. Alles klar. Und ich sag, Jungs, ich geh zu den Beinen da und sag, Jungs, jetzt ist was passiert. Wir müssen reden. Lasst uns erst mal Zareas Bergmann raustragen und ich erzähl euch währenddessen, was passiert ist. Ich nehme den Bergmann so ein bisschen so über die Schulter. Er kann gehen, ihm geht's nur scheiße. Aber es ist nett, ihn auf jeden Fall zu stützen. Ich trag ihn. Okay, du kannst nicht gehen, er trägt dich. Ich bestehe darauf. Danke. Okay, ihr kommt raus, was tut ihr? Also, ihr seid relativ nah an dem Platz. Ihr könnt natürlich theoretisch den Flummi überbringen. Ihr könnt's lassen. Ich sag den Jungs, ihr werdet nicht glauben, was grad passiert ist. Mir ist gerade Tor über den Weg gelaufen und er war ganz komisch drauf, war richtig nervös, hat Angst gehabt und hat mich davor gewarnt, dass wir hier ganz schnell verschwinden müssen. Du hast Tore gesehen? Das kann nicht sein, es hat noch nie einer einen Schlag von mir überlebt. Als HSV-Fan hab ich noch nie Tore gesehen, das stimmt. Es hat noch nie einer einen Schlag von mir überlebt. Außer... Das kann doch gar nicht sein. Veronimo Röder hat auch noch einen Schlag überlebt. Hat er irgendwas über seine Zähne gesagt? Hört sich, kommt Zäger auf euch zugelaufen. Ey, Jungs, wo bleibt denn ihr, Mann? Wo ist mein Flummi? Ich sag... Er hat schon sehnsüchtig vor dem Laden auf euch gewartet. Ich sag, hier ist der... Ich zeig ihm den Flummi. Und jetzt sag ich, ey... Der Krabsch den sofort... Nein! Nein! Was denn los? Nein, ich halt den so, dass er nicht ran... Wirklich. Ja, ja, ist okay, er kommt nicht ran. Der ist zehn, ich bin Jérôme Röder. Aber er hält den Zettel dann auch zurück. Und ich sag, Junge, ähm... Du hast uns jetzt hier zweimal verarscht. Diesmal geh ich auf Nummer sicher. Ich bin Jérôme Röder groß. Du weißt, wir haben unseren Part immer erfüllt. Ja, Mann! Wir sind vertrauensdelige Menschen. Ja! Diesmal gibst du mir zuerst die Karte, und dann gib dir den Flummi. Okay, 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 okay. Aber gib mir den Flummi, ich versprich's. Ja, natürlich. Ja doch, er traut dir. Ich nehm den Flummi und schmeiß ihn so weit weg, wie ich... Oh, super! Schmorf applaudiert! Und wir lachen noch und schreien dem Jungen hinterher. Okay, du wirfst ihn weg. Herrlich. Mann, mein Flummi! Und rennt sofort hinterher. Mann, mein Flummi, Mann! Er wird immer leiser und verschwindet. Fällt der Flummi vielleicht in irgendein... Nee, er hat ihn wirklich so um die Ecken geworfen, also ihr könnt kaum ausmachen, wo das Ding hinfliegt. Mann, Flummi! Ihr hört ihn noch so ein bisschen... Sehr gut. Okay, ihr habt die volle Karte beisammen. Hast du das Stück gerade weggeworfen? Ja, das war der Flummi. Achso. Aber nicht das Stück, was die es dir gegeben haben. Da ist die Karte. Okay, ihr habt die komplette Karte. Tatsächlich war das letzte Teil... Das war gar nicht. Also, eigentlich müssen wir eigentlich nur einen Schritt hier drüber. Ich wollte gerade sagen, eigentlich... Ich drehe es nochmal in die Kamera, vielleicht kann man es ganz angenehm sehen. Ja, das ist eine tolle Karte. Hier haben wir gestartet und hier führt uns der Weg lang bis hier hin. Also, eigentlich hätten wir auch einfach nur darüber klettern können. Hauke, entwickle nie ein Navi. Das ist die eine Sache. Okay, gut. Reicht. Ich gucke mich um und schaue, ob ich Tore noch irgendwo sehen kann. Nee. Ihr seid außerhalb der Kneipe. Wäre natürlich sinnvoll. Ja, okay. Dann sag ich jetzt mal, lass uns doch nicht immer so um heißen Brei reden, sondern lass uns nur einen trinken. Nein, Quatscherns. Lass uns die Karte. Ey, aber wir haben doch die Karte. Wir können doch auch erst mal einen trinken. Ja. Aber wir können jetzt auch einfach mal da hingehen. Ich will jetzt meine Sachen wieder haben. Ist dir dein Stein und deine Handschuhe und deine Wanderstiefel... Also, was macht ihr? Geht ihr da hin? Ich gehe da hin. Ich gehe da hin. Was die anderen machen, ist mir wurscht. Ich gehe da jetzt hin. Okay. Nimm noch... Was wirst du? Ich nehme mir noch so ein halbes Bier, was jemand da abgestellt hat vor der Haustür, weil man mit vollem Bier nicht reinkommt. Ja, okay. Und dann nehme ich das noch mit. Find ich Mut, ja. Eigentlich nicht so begeistert. Du findest noch so ein Bier, du weißt nicht von wem es ist, aber du findest eins. Ich finde ein halbes Bier. Die ist zwar noch nicht danach zu trinken, aber du kannst es mitnehmen. Ich nehme es mit. Genau. Und damit verabschieden wir uns endlich in die Pause. Wir haben ein bisschen lang gebraucht, aber dafür war es auch sehr unterhaltsam. Und die Frage für diese Pause ist, die wird nicht sofort aufgelöst. Es wird gleich eine Durchsage geben. Was ist die Durchsage an den Ort? Achtung, Bürger von Endstation, wir werden angegriffen zu den Waffen. Oder ihr hört nur ein wildes Geräuschchaos und eine Art Wimmern. Na, da bin ich ja mal gespannt, was die Leute wählen. Hast du letztes Mal auch gesagt. Mach völlig fair. Ihr sagt jedes Mal, da bin ich ja mal gespannt. Und es ist fast nie das, was ihr gesagt habt. Aber es ist ja klar, dass da offensichtlich die Trauernden am Start sind bald. Wer weiß. Also, damit verabschieden wir uns in die Pause. Ich freue mich unglaublich drauf, denn wir kommen gleich zum Grand Refinale. Und dann geht es weiter. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.